Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich sehe heute ein bisschen aus, als wäre ich gerade frisch aus dem Berg heimgekommen. Ich dachte mir aber, das ist das perfekte Make-up, um casual über Foundations zu reden. Ich kriege jeden Tag vermehrt Fragen. Welche Foundation kann ich benutzen? Welche Foundation empfiehlst du mir für das, das, das und das? Und ich dachte mir, bevor ich jedem und jeder Einzelnen von euch immer per Direct Message bei Instagram antworte, setze ich mich hin und zeige euch meine 10 liebsten Foundations. Sortiert so ein bisschen nach trockener Haut, nach öliger Haut, Foundations mit Skincare und ich probiere euch alle Fragen zu den Foundations zu beantworten. Alle Foundations, die ich hier habe, kosten zwischen 3 und 40 Euro. Ich habe den Fokus aber wirklich auf Drogerie-Foundations gesetzt, dass ihr alle eine Vielzahl an verschiedenen Möglichkeiten habt. Ich hoffe, ihr habt darauf Lust und ich hoffe, es geht euch gut. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video 10, 20 Minuten Ablenkung geben kann und ihr ein bisschen die Welt um euer Handy oder euren Laptop vergessen könnt und abschalten könnt. Ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. Ich habe wirklich viele Foundations hier. Ihr kennt auch wirklich alle, manche ein bisschen besser als andere und ich sage euch jetzt genau, warum ihr diese Foundations haben solltet. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Euch kostet es nichts, mir bedeutet es die Welt und ich werde tatsächlich auch das Ganze, wenn ihr wollt, nochmal für Primer machen, weil ich glaube, dass alles drumherum, Blushes, Bronzer, Lidschatten, Mascara, das ist immer sehr, sehr individuell. Welche Farben mag man, wie mag man das Finish? Bei Foundations gibt es aber immer nur eine Guideline, vielleicht zwei. Wie lange hält sie und wie sieht sie aus? Und das habe ich hier. Ich blende euch auch immer alle Preise, alle Shade Ranges ein, wenn ich sie finde, dass ihr so einen groben Überblick habt und ich würde vorschlagen, let's go! Wir starten tatsächlich auch mit der günstigsten und das ist das Rivalde Du Pyrleron Make-up. Feuchtigkeit spenden, kaschiert Falten und Linien. Diese Foundation ist tatsächlich durch ein Video, was ich hier auf dem Kanal gemacht habe, so ein bisschen viral gegangen, war teilweise wirklich lange ausverkauft, weil sie einfach im Preis-Leistungs-Verhältnis sehr, sehr gut ist. Die liegt um die 3-4 Euro. Die Shade Range ist eine Katastrophe, bin ich ehrlich. Vier Farben sind bei weitem zu wenig, aber es ist eine sehr, sehr schöne Foundation. Die Deckkraft ist etwas höher, als man vielleicht denkt, wenn man höher Luron Make-up liest. Das Packaging ist sehr schlicht. Ihr habt ein Glas Flacon, hier sind 30ml mit drin und sie ist vegan. Sie gibt eurer Haut wirklich Feuchtigkeit. Also das ist eine Foundation, die ich euch empfehlen kann, wenn ihr eher zu einer trockeneren bis normalen Haut neigt. Für eine ölige Haut würde ich die jetzt nicht empfehlen unbedingt. Sie hält den ganzen Tag und deswegen ist sie auch eigentlich eine meiner liebsten Foundations, die ich überhaupt habe. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist bei mir immer ganz besonders wichtig. Ich sortiere es jetzt hier in dem Video nicht nach Platz, wie gut finde ich sie und die ist an der Stelle und die ist an der Stelle. Ich gehe jetzt einfach durch, dass ihr so einen kleinen Überblick habt. Die Foundation hält locker 10 Stunden. Ich bake sie tatsächlich auch immer gerne und mit einem passenden Setting-Spray hält die noch länger. Also habe ich bestimmt schon ungelogen 6 Flaschen aufgebraucht. Eine recht neue Foundation, die ich tatsächlich auch so ein bisschen als Dupe, als High-End-Dupe zu der Rivaldi-Lupeleron-Foundation beziehten würde, ist die neue Nars-Like Reflecting Foundation. Auch hier ist die Deckkraft recht hoch. Sie hält auch sehr, 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 sehr lange und sie sieht, finde ich, am schönsten aus, wenn man wenig davon benutzt. Also wenn du jetzt nicht so der Fan von Full, 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 Full Coverage bist, aber trotzdem eine schöne High-End-Foundation suchst, die deiner Haut Feuchtigkeit spendet, die das Licht sehr ebenmäßig reflektiert und du Wert darauf legst, dass deine Haut in allen Lichtverhältnissen gut aussieht, ist das die richtige Foundation. Die Farbrange ist phänomenal, preislich ist die ganz schön teuer, aber sie hält, was sie verspricht. Sie gibt den Glow, sie sieht sehr, sehr schön aus und sie hält gut. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man sagen kann, okay, wenn man wirklich eine High-End-Foundation haben möchte und auf diesem Glow steht, der auch den ganzen Tag ist. Also du musst sie nicht mal fixieren, wenn du kein Puder magst, funktioniert die sehr, 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 sehr gut. Ich finde, sie funktioniert fast noch besser ohne Puder. Das ist ganz verrückt. Sie sieht glowy auf der Haut aus und sobald du Puder rüberkippst, ist sie matt, natürlich, klar, ist Puder, aber so nach einer Stunde kommt das Ganze wieder durch und sie hält Ewigkeiten. Dadurch, dass die Farben sehr, sehr gut sind, gibt es natürlich für jeden von uns auch die passende Farbe dazu. Ich habe jetzt die Farbe Valoris, ist tatsächlich ein Perfect Match und ich trage die auch heute. Also eine sehr, sehr schöne Foundation. Eine Foundation, der ich viel zu wenig Aufmerksamkeit gegeben habe, ist die Skin Realist von Nabla. Das ist eine Beautifying Foundation, beziehungsweise ein Tinted Balm. Tinted Balm heißt eigentlich eher wie eine Pflege mit Farbe. Sie hat aber eine recht hohe Deckkraft für ein Tinted Balm. Also das ist keine BB-Cream, auf gar keinen Fall. Aber was hier ganz besonders ist, sind die Inhaltsstoffe. Hier sind wirklich Hyaluron und verschiedene Proteine drin, die die Haut mit Feuchtigkeit versorgen und dafür sorgen, dass die Haut langfristig besser wird. Du siehst sofort auf der Haut diesen extremen Glow. Ich verlinke euch auch alle Videos, die ich einzeln zu diesen Foundations gemacht habe, nochmal unten in der Infobox, dass ihr euch das Ganze anschauen könnt, falls ihr euch für die eine Foundation mehr als für die andere interessiert. Preislich ist die ganz schön heavy, die Farbranch ist okay. Dadurch, dass die Deckkraft jetzt aber nicht so übertrieben hoch ist, funktioniert die sehr gut. Ich habe hier die drei, habe ich tatsächlich auch noch viel zu wenig benutzt, deswegen lasse ich sie jetzt auch heute mal hier stehen. Das Besondere hier ist, ist dieser Airless Container. Ihr seht es, hier unten ist so ein blauer Ring und wenn ihr pumpt, rutscht das nach oben. Das heißt, ihr kriegt wirklich alles an Produkt raus und das ist etwas, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis dann schon wieder in Ordnung ist. Die Verpackung ist aus Plastik, fühlt sich dennoch sehr, sehr hochwertig an und die Langlebigkeit davon würde ich sagen eine 8 von 10. Eine Foundation, wenn ihr eher zu einer öligen bis normalen Haut neigt aus dem High-End-Bereich, ist die Airbrushed Flawless Foundation von Charlotte Tilbury. Das ist die deckendste Foundation neben der Huda Beauty, die ich jetzt hier nicht mehr drin habe, die ich habe. Du brauchst entweder sehr wenig und kannst sie sehr, sehr schön aufbauen, vor allen Dingen ohne Puder sieht sie sehr gut aus. Sie ist dir aber nicht böse, wenn du wirklich viel Puder benutzt, wenn du so ein richtiges Cake-Cake-Cake-Face benutzt. Ganz wichtig hier zu wissen ist, ich habe so ein bisschen das Problem mit der Foundation, dass sie mir schon fast zudeckend ist, dadurch, dass ich einen Bart habe. Womit sie sehr gut funktioniert ist, wenn du ein bisschen Öl mit reinmischst oder ein bisschen Feuchtigkeitscreme, dann wird sie ein bisschen leichter, ein bisschen frischer. Ansonsten, wenn du im Full-Coverage-Boy-Or-Girl bist, das ist die richtige Foundation, sie hält den ganzen Tag. Und ich finde, das ist bei Charlotte Tilbury ganz besonders, wo mir das immer auffällt, wenn du viele Produkte derselben Marke benutzt, sieht das Ergebnis noch viel, viel, viel schöner aus. Ich bin immer ein großer Freund davon, wenn man so ein bisschen mischt, den Primer von Love, die Foundation von Essence, das Puder von Huda Beauty und das so ein bisschen gemischt wird. Und wenn du alle Produkte von Charlotte Tilbury benutzt, je mehr du benutzt, desto schöner wirst. Ich weiß nicht, woran das liegt, keine Ahnung, leben wir. Ihr könnt mir jetzt aber gerne mal in die Kommentare schreiben, welche eure liebsten Foundations sind. Egal aus dem High-End-Bereich oder aus dem Drogerie-Bereich, schreibt es unbedingt in die Kommentare. Und wenn ihr richtig, richtig cool seid und uns allen helfen wollt, schreibt gerne auch mal so ein paar Stichpunkte mit dazu. Warum gefällt sie dir? Wie sind die Farben? Wie ist die Deckkraft? Wie ist die Langlebigkeit? Also, dass alle, die dieses Video sehen, auch in den Kommentaren so ein paar Informationen zu euren liebsten Foundations finden. Eine wieder recht günstige Foundation ist die 24 Hours Hyper Hydro Skin Tint Foundation von Catrice. Eigentlich sagt Catrice, das ist keine Foundation. Das ist eher wie ein Hyaluronsäure-Serum. Wichtig, ganz, ganz wichtig. Dadurch, dass die aus der Clean-ID-Reihe ist, ich habe einige Nachrichten dazu bekommen. Hier sind keine Konservierungsstoffe drin. Hier ist nichts drin, was die Foundation, ich sage jetzt mal, zusammenhält. Schüttelt sie, schüttelt sie, schüttelt sie, schüttelt sie wirklich, wirklich lange. Sie hört sich sehr flüssig an. Sie ist auch sehr, sehr flüssig. Die ist fast wie ein Wasser. Und ab und zu, ihr seht es hier auch, hat sie sich so ein bisschen zersetzt. Nehmt ein bisschen mehr raus und vermischt es dann, dass ihr die Inhaltsstoffe wirklich gut wieder miteinander mischt. Dadurch, dass da keine Stabilisatoren mit drin sind, müsst ihr das Ganze auf eurer Hand, auf der Mischplatte, verlinke ich euch unten, zusammen mischen, dass sich die einzelnen Bestandteile wieder zusammenfügen. Und dann habt ihr eine sehr, sehr schöne, leichte Foundation. Jetzt für den Sommer ist sie perfekt. Wenn ihr so ein bisschen auf Inhaltsstoffe achtet, ist das, glaube ich, eins. Man muss natürlich aber wirklich dazu sagen, dadurch, dass da wirklich auf Inhaltsstoffe verzichtet wurde, die in der Kritik stehen, sagen wir mal so, ist die Arbeit damit eine andere als mit einer Foundation, wo die Brand jetzt nicht unbedingt darauf achtet. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, dass ihr dann am Ende nicht enttäuscht seid, wenn die sich so ein bisschen zersetzt. Das heißt nicht, dass die Foundation schlecht ist. Das heißt nur, dass sich die Inhaltsstoffe einfach so ein bisschen auseinandergeschichtet haben und ihr sie aber auch wieder zusammenbringen könnt, wenn ihr sie mit eurer Körperwärme mischt. Pro-Tipp, legt die in den Kühlschrank, dann ist sie schön kühl, kann nicht so schnell schlecht werden. Und dann habt ihr damit lange Freude. Sie ist tatsächlich auch nicht so teuer. Das muss man dazu sagen. Farbbranch, phänomenal. Phänomenal. Eine für meine öligen Mäuse ist die Catrice HG Liquid Coverage Foundation. Die gibt es seit Jahren, ist seit Jahren Favoriten von euch, von mir. Das ist so eine Foundation Maxim Giacomo 2017, würde ich sagen. Full Coverage. Trocken. Trocken beziehungsweise matt. Die ist jetzt neu formuliert worden und da ist Niacinamid mit drin. Das heißt, sie passt, sie pflegt die Haut so ein bisschen und sorgt dafür, dass die Poren minimiert werden, dass Unebenheiten korrigiert werden und dass Pickel sich nicht so stark entzünden. Sie hat sich so ein bisschen von der Formulierung verändert. Ich finde aber sogar zum Guten. Sie hält jetzt besser. Achtung, wenn ihr in die Drogerie geht, dann swatcht sie euch. Online findet ihr tatsächlich alle Farben davon. Und soweit ich weiß, auch versandkostenfrei, wenn es Farben sind, die es nicht im Handel gibt. Also wenn ihr eine dunklere Haut habt und eine dunklere Foundation habt, gibt es die Foundations mit kostenlosen Versand, dann glaube ich. Die hält Ewigkeiten. Also wenn du wirklich weißt, okay, du hast einen richtig, richtig langen Tag, einen richtig harten Tag bei hohen Temperaturen und du brauchst ein Full Coverage Makeup, was lange hält und zuverlässig ist. Nimm die Foundation. Die hält. Du kannst mit Highlighter und Setting Spray das Ganze wieder so ein bisschen frischer machen, dass sie nicht so maskenhaft ist. Aber auch diese Foundation kannst du sehr, sehr gut mit einem Primer zusammenmischen. Falls ihr wollt, wie gesagt, ich mache euch nochmal so ein Video mit den besten Primern, dann schreibt mir das in die Kommentare. Hier ist auch noch Vitamin B3 mit drin und das unterstützt langfristig ein verfeinertes Hautbild. Sehr, sehr gute Foundation. Seit Jahren ein Favorit für Full Coverage Days. Eine Foundation, die sehr, sehr neu ist, aber vielen von euch sehr gut gefällt, da freue ich mich natürlich, ist das L'Oreal Age Perfect Straffender Makeup Balm. Shade Range in der Drogerie ist eine Katastrophe. Es sind drei Farben und alle sind hell und alle sind beige. Ich gucke mal, ob die online besser sind. Habt ihr dann hier eben gesehen. Das ist so ein Produkt, was ich vielleicht euch empfehlen kann, wenn ihr eher eine reifere Haut habt. Wenn ihr nicht so viel Wert auf Deckkraft, Deckkraft, Deckkraft mattiert. Sondern wenn ihr das, was ihr habt, ein bisschen verfeinern wollt, ein bisschen weich zeichnen wollt. Ansonsten auch hier, wenn ihr einfach eher so ein natural kind of girl seid. Gutes Produkt. Schmilzt schön, funktioniert am besten, finde ich, wenn man das mit den Fingern aufträgt tatsächlich. Weil die Wärme dann einfach so ein bisschen besser in die Haut gleitet. Von der Konsistenz her ist es tatsächlich eher wie so ein Lippenbalsam. Sehr, sehr leicht, sehr, sehr frisch. Hat auch keinen intensiven Geruch. Und die gleicht die Haut so ein bisschen aus und versorgt sie auch den ganzen Tag mit Feuchtigkeit. Also wenn ihr eine sehr, sehr ölige Haut habt, wäre das vielleicht nicht unbedingt die richtige. Eine große Empfehlung von mir ist aber. Und das funktioniert mit fast allen Foundations. Wenn du weißt, okay, du hast eigentlich eine ölige Haut. Du möchtest aber, weiß ich, noch Skincare mit drin haben. Du kannst viele Foundations auch miteinander mischen. Beispielsweise habe ich die Charlotte Tilbury sehr, 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 sehr gerne mit der Hyaluron-Foundation gemischt. Einfach um die Farbe nochmal so ein bisschen anzupassen. Und das Finish so ein bisschen anzupassen an das, was ich möchte. Funktioniert sehr, sehr gut. Kleiner Tipp. Schaut da aber immer auf die Inhaltsstoffe. Die meisten Foundations sind mittlerweile auf Wasserbasis. Aber ihr solltet wirklich darauf gucken, dass der erste Inhaltsstoff immer der gleiche ist. Wasser oder ab und zu ist es auch Öl. Die erste High-End-Foundation, die ich habe und auch nie wieder missen möchte, ist die Forever Skin Glow Foundation. Ich habe die jetzt hier in der Farbe 3N. Das ist meine Sommerfarbe. Die 2N ist meine Wintershade. Das ist eine Foundation, wenn ich mich ganz besonders bougie fühlen möchte. Und wenn ich mir nicht so viele Gedanken darüber machen möchte, welche Produkte ich habe, in meinem Gesicht habe. Und ob die mit der Foundation interferieren. Ein solides Produkt. Sieht unglaublich schön nach 3, 4, 5 Stunden aus, wenn die hauteigenen Öle ein bisschen durchkommen. Ist preislich tatsächlich ein Stückchen weiter oben. Aber du brauchst nicht viel davon. Die Deckkraft ist sehr, 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 sehr hoch. Ich habe auch hier schon ein Video gemacht. Achtung, erschreckt euch nicht, wenn ihr euch das anschaut. Da sah ich noch ein bisschen anders aus. Wundervolles Produkt und die Farbbranche ist phänomenal. Die letzten 2 Foundations sollten euch auch bekannt sein. Und das ist einmal hier das Miracle Pure Skin Improving Foundation von Max Factor. Hier ist die Devise, weniger ist mehr. Die ist perfekt für trockenere Haut bis normalere Haut. Aber auch für etwas reifere Haut. Was ich hier ganz gut finde, ist der Lichtschutzfaktor von 30. Nicht so wie viele Foundations immer so 15 oder so waren. Sondern 30. Und es ist ganz wichtig, dass wir darüber einmal sprechen. Lichtschutzfaktor in Foundation oder in Skincare Produkten reicht niemals aus. Macht immer Lichtschutzfaktor 50. Bei Instagram poste ich euch gerade fast jeden Tag den UV-Index in meine Story, dass ihr morgens gleich wisst, okay, wie hoch ist der UV-Index bei euch? Welche Sonnencreme brauche ich? Ich sage immer 50. Aber wenn ihr so ein bisschen Produkte habt, die schon ein bisschen Lichtschutzfaktor mit drin haben, erhöht das das nur noch so ein bisschen. Aber es ist keine Alternative zu Sonnenschutz. Was ich hier dran sehr gerne mag, ist das Finish. Weniger ist mehr. Sie sieht sehr natürlich aus auf der Haut. Hält den ganzen Tag. Auch hier habe ich ein ganzes Video zugemacht. Preislich ist die phänomenal. Und ich habe gehört, dass es sie jetzt noch in weiteren Shades gibt, die auch noch wesentlich dunkler sind. Sollten in den nächsten Tagen, Wochen auf jeden Fall da sein. Vielleicht, wenn das Video online ist, gibt es die schon. Super, super gut. Finde ich ganz toll. Und zu guter Letzt, eine meiner liebsten Foundations aus der Drogerie ist diese hier. Das ist die L'Oreal Infallible Freshwear Foundation. Mittlerweile 32 Stunden. Vorher waren es, glaube ich, 24 oder so. Ist alles Quatsch. Also wenn du 32 Stunden deine Foundation trägst, dann, Freunde, müssen wir da ein bisschen, müssen wir über andere Dinge reden, als über die Foundation, ob es 35 Stunden aussählt. Ist super. Das ist eine Foundation auf Wasserbasis. Also die hat eine phänomenale Deckkraft. Sehr, sehr hoch. Der Geruch funktioniert, egal ob du trockene oder ölige Haut hast, je nachdem, welche weiteren Produkte du benutzt oder welchen Primer oder welches Puder du benutzt. Immer. Ich kenne niemanden, der diese Foundation nicht mag. Der Geruch, ich liebe diesen Geruch. Er ist sehr zart, er ist sehr natürlich, er riecht recht frisch und du kriegst nicht so Kopfschmerzen. Das finde ich ganz wichtig. Deswegen habe ich beispielsweise die Huda Beauty Foundation auch hier gar nicht mit ins Video genommen. Toll. Hat jetzt eine neue Formulierung bekommen. Auch hier ist jetzt Vitamin C drin und Lichtschutzfaktor 25. Ergänzt das Ganze nur ein bisschen, ist keine Alternative. Aber wenn du die im Gesicht hast, du merkst nicht, dass du eine Foundation trägst. Wenn du nicht dieses maskenhafte Gefühl haben willst, wie beispielsweise bei der Charlotte Tilbury, da hast du wirklich, da hast du was im Gesicht. Oder auch bei der Catrice ist das die richtige Foundation für dich. Liegt bei um die 11, 12 Euro und hält, sie hält tatsächlich sehr, 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 sehr lange. 32 Stunden habe ich sie noch nicht getragen, aber 18 ist so ein normaler Tag. Wenn ich auf einem Event bin oder so, hält die, was sie verspricht. Phänomene. Das waren meine 10 liebsten Foundations. Ich bin super gespannt, wie euch diese Art von Videos gefallen hat. Im Moment ist es ja so ein bisschen tricky bei mir. Ich drehe ja ganz viel vor. Es wird wahrscheinlich das letzte Video sein, was ich hier gedreht habe und dann alles schon im Haus. Es ist so ein bisschen verrückt, aber ich möchte euch einfach auch so ein bisschen Wissen vermitteln übers Make-up und euch Fragen beantworten. Wenn ihr Fragen habt zu den Produkten hier oder generell, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich werde das Ganze in den Kommentaren beantworten. Ansonsten könnt ihr mir natürlich aber auch immer bei Instagram schreiben. Und ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss!